Guten Morgen People und neuer Tag wieder. Das ist die Aussicht, wenn man aufsteht, den Vorhang auftut, sieht man direkt auf die Stadt. Aber wenn natürlich das schönes Wetter ist, das wunderschöne Pool. Und jetzt gehe ich die anderen weg. Mal schauen, ob die noch am Schlafen sind. Aber normalerweise schon. Das zweite, das ich mache. Musik anlassen. Da ist man wach. Und dann komme ich direkt in den Pool. Da bist du noch mal der Crash. Hier der Luca und Max. Hier der Bert und der Joel. Gehen wir zuerst da. Penne sind. Hey. Suchst du. Schweine. Nein, nein. Haha. Uhhh. Musik. 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 Ein Leuten hat draussen geschlafen. die Oma. Musik. Musik. Ja, ne? Musik. Musik. Ich bin recht vom Ausstehen, ins Pool hineinpumpen und dann bin ich ein bisschen wach. Ich habe meine Lippen aufgerissen. Es griffen wie eine Scheisslippe. Aber egal, es ist keine Ferien, macht das nichts. So, und heute wollen wir einfach nach Buddha gehen. Buddha Statue besichtigen. Mal schauen, ob das klappt mit dem Wetter. Da ist seine Freundin am Schreiben. Hallo! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja? Das war's. Ja? Das war's. Das war's. Das war's. Das ist der letzte, das wir hier wollen. So, Pippel, wir haben es geschafft zum Big Buddha hoch. Das ist perfektes Wetter. Und es ist noch morgen früh, das ist natürlich super. Das ist erstes 11 Uhr, perfekte Zeit. Nachmittag können wir noch an den Strand gehen. Jawohl, alle sind wieder ready, auf, munter, gegessen, getrunken. So, das ist jetzt der Big Buddha hier. Hier ist eine recht grosse Statue. Jetzt sind wir ein wenig am Posen. Alle sind ein wenig am Foto machen. Der Mucks am Start. Super, du. Normal zahlt man überall Eintritte oder Geld. Wenn es nur ein kleiner Strand ist oder so. Hier ist es perfekt. So eine grosse Statue, man zahlt nichts. Man hat keinen Eintritt. Man hat einfach nur Kleidervorschriften. Und zwar darf man nicht in einen Träger gehen oder in zuvor zu Hause. Also Frauen, Männer, das seht ihr ja. Könnt ihr gehen, ist kein Problem. So, jetzt sind wir an der Fullmond-Party. Es ist noch früh. Ja, darum seht ihr noch nicht viel. Es läuft noch nichts. Vorhin sind wir hier ein wenig zu baden. Es war noch hell. Tiptop. Jetzt hängen wir es ein wenig da, trinken ein Bier. Wir haben Hunger. Brutal. Wir können alle essen. Das ist eine chinesische Party. Aber wir können einfach nicht mehr das beste Buffet haben. Aber wir müssen einfach zuschauen. Jetzt gibt es doch nicht. Wie gerne würden wir es auch einlassen. Hier hinten ist der DJ-Pult. Ein paar Liegenden. Hier gibt es noch ein paar Feuerschauen. Liegestühle dort hinten. Ein paar. Der Lukey hier ist schon alles am Filmen. Er mit der GoPro am Start. Ich bin jetzt mal dran. Hallo. 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 Wir sind jetzt hier. Ja? Jetzt! Jetzt! Wir sind jetzt auf Buzzer! Ja, wirklich gut! Jetzt! Ja, wirklich gut!